5. Erzählung von Weihnachtsmärchen für Kinder von Luise Büchner Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Die Geschichte vom Kräutchen Eigensinn Der kleine Georg war trotz der schönen Erzählungen der Tante beim Schlafengehen sehr unartig und sehr eigensinnig gewesen. Da sagte ihm die Mama, nimm dich nur in Acht, sonst bringt dir der Nikolaus zu Weihnachten eine Rute vom Kräutchen Eigensinn. Als nun die Kinder am anderen Abend wieder bei der Tante saßen, der sagte Mathildchen Liebe Tante, erkläre mir doch, was eine Rute vom Kräutchen Eigensinn ist. Der Georg saß bei dieser Frage Mäuschen still und guckte mit großen blauen Augen auf seine Schuhe, als ob er sie noch nie gesehen hätte. Die Tante aber antwortete Das sind die allergefährlichsten Ruten, die es gibt. Um sie darf das gute Christkind keine roten Bänder und kein Flittergold wickeln und sie werden auch nicht bloß zum Start und zur Warnung hinter den Spiegel gesteckt, sondern mit ihnen gibt es wirkliche Hebe. Und woher sie kommen, das will ich euch jetzt genau erzählen. Am Rande einer großen grünen Wiese stand ein hübscher kleiner Strauch. Der hatte schlanke Zweige, grüne Blätter und schöne weiße Blüten, so dass er gar lieblich anzuschauen war, aber es war ein schlimmes Kraut. Es wollte ihm etwas anderes tun, als es gerade sollte, sagte zu allen Dingen Nein statt Ja. Und die Blumen und Sträucher auf der Wiese nannten es nur noch, das Kräutchen Eigensinn. Wenn ein Bindchen geflogen kam und in den Kelch seine Blüte schlüpfen wollte, um ein wenig Honig zu sammeln, dann schloss er schnell die Blüte fest zu. Sumpte und brummte das fleißige Tierchen auch noch so eifrig, »Mach auf, mach auf!«, so rief das Kraut doch immer fort, »ich will nicht, ich mag nicht, ich tue es nicht«, bis das Bindchen ganz zornig davonflog und nie mehr wiederkam. Ein andermal kam ein liebes kleines Mädchen mit schönen, blonden Locken daher spaziert, das pflückte sich ein Strauß und wollte auch ein Zweiglein von dem schönen, grünen Strauche dazunehmen. Aber Kräutchen Eigensinn bog sich rüber und hinüber und wandte sich hin und her und wollte nichts geben. »Ei, Kräutchen Eigensinn«, sagte sein Nachbar, »ein kleines Heckenröschen, so gib doch dem lieben Kinder nur ein kleines Zweiglein.« »Ich mag nicht, ich will nicht«, rief es dagegen, »und ließ sich jetzt erst recht nichts mehr nehmen.« Die gute Sonne hatte von dem blauen Himmel herab alles mit angesehen und ward bitterböse. Sie rief herunter, »Du hässliches Ding, willst denn gar nie mehr lieb und artig sein? Ich scheine so gern herab auf all die lieben Blumen und Sträucher, aber dir möchte ich auch nicht einen Strahl mehr senden.« »Nein, denn ich will unartig sein, ich darf unartig sein«, rief Kräutchen Eigensinn hinauf, »und willst du es nicht auf mich scheinen lassen, so kannst du es bleiben lassen.« Das war doch gewiss entsetzlich ungezogen von dem Kräutchen Eigensinn. Die Sonne wandte ihr freundliches Gesicht schweigend von ihm ab. Die Blumen und Gräser sprachen kein Wort mehr mit ihm, und die Bienchen und Schmetterlinge flogen alle neben vorüber, denn keines wollte mehr etwas von ihm wissen. Endlich gegen Abend kam noch von weit her ein Vögelchen geflogen, und wie es so der Herr schwebte und den schönen grünen Strauch ansah, wollte es sich ein wenig darauf ausrunden und in Liedchen singen. Da hätte doch nun das Kräutchen Eigensinn Gelegenheit gehabt, wieder lieb und gut zu sein und sich mit den anderen auszusöhnen. Aber nein, es war noch trotzig dabei und meinte Wunder, wie großes Unrecht ihm geschehen sei. Kaum hatte sich der Vogel ein hübsches Plätzchen ausgesucht, da fing es an, sich zu biegen und zu neigen, und wollte ihn durchaus von sich abschütteln. »Ach«, bat es Vögelin freundlich, »halte doch stille, lieber Strauch, ich singe dir auch mein allerschönstes Lied.« »Nein, ich will nicht, ich tue es nicht, ich mag von euch jetzt auch nichts mehr wissen,« rief Kräutchen Eigensinn voll Wut und Zorn. Da flog das Vögelin fort und setzte sich zu dem Röslein, das es freundlich aufnahm. Am anderen Morgen schien die Sonne nicht, der Himmel war ganz voll Wolken, und der Wind fegte im Wald und auf der Wiese herum, sodass kein Schmetterling und keine Biene sich heraus traute. Selbst die Vögel blieben scheu in ihren Nestern. Die dicksten Bäume bockte Wind um und zerzauste sie, dass sie kaum mehr wussten, wohin sich wenden. Die Sträucher und Blumen auf der Wiese duckten sich ganz stille unter, ließen den Wind über sich herwehen und warteten auf bessere Zeiten. Aber Kräutchen Eigensinn, das duckte sich nicht. Es wollte mit dem Winde spielen und meinte, es sei so stark wie er, und brauche sich weder zu biegen noch zu neigen. Was kümmerte sich aber der Wind um seinen schwachen Widerstand? Er fegte unerbittlich darüber hin und her, und bald lagen die meisten Blüten alle an der Erde, die grünen Blättchen flatterten wild umher, und der Nachbarin, dem guten Röschen, war ganz Angst und Bange. Kräutchen Eigensinn rief es warnend, Lasse deine Zweige niederhängen, der Wind zerreißt sich sonst in tausend Stücke. Ich will mit dem Winde spielen, ich darf es tun, du hast es mir nicht zu wehren, antwortete Kräutchen Eigensinn, und trieb es nur noch toller. Aber was geschah? Nach einer halben Stunde war das Kräutchen Eigensinn kein grüner Strauch mehr, sondern ein hässliches, kalles Reis, das aussah, als ob die Raupen es abgefressen hätten. Nur ganz unten hingen noch einmal kleine Blättchen an dünnen Fäden, die schaukelten hin und her. Nun war es mit dem Kräutchen Eigensinn aus. Kein Bientchen sah es mehr an, niemand fiel es ein, sich ein Zweiglein zum Strauß zu pflücken, und die Vöglein flogen alle vorüber, als ob es gar nicht auf der Welt wäre. Es konnte nicht einmal mehr sagen, ich will nicht, ich mag nicht, denn keine Seele wollte etwas von ihm. So verging der Sommer und der Herbst kam, wo der Nikolaus auszieht, um sich Reise für seine Routen zu holen. Er hatte manchmal von der Böllsteiner Höhe herabgesehen, wie es das Kräutchen Eigensinn trieb, und jedes Mal gedacht, Na warte nur, weil du zu allem Lein sagst, sollst du mir noch die kleinen Leute Ja sagen lernen. Als er nun mit seinem Krauchchen über die Wiese zog, sah er schon von Weitem das Dürre Reis und rief vergnügt, Ha, das hat schöne, schlanke Gärten gegeben. Die will ich nun zu Routen binden, und da wird mein Kräutchen Eigensinn den Kindern bald den Eigensinn aus den kleinen Trotzköpfchen treiben. Gesagt, getan, er schnitt die Gärten ab, lud sie dem Esel auf und sagt daheim zum Christkind, An den Routen da machst du mir nichts, die binde ich einfach mit Schnur zusammen, die sind für den Ernst und nicht für den Spaß. Wo nun ein unartiges Kind ist, das bei allem sagt, ich will nicht, ich mag nicht, dem bringt der Nikolaus eine Routen vom Kräutchen Eigensinn, und das tanzt ihm so lange auf dem Rücken herum, bis es nie mehr sagt, ich tue es nicht. Lieber Georg und liebes Mathildchen, nehmt euch darum, dass ihr in Acht, dass euch der Nikolaus nicht auch so eine Routen vom Kräutchen Eigensinn bringt. Ich will gar nicht mehr eigensinnig sein, sagte der Georg, und Mathildchen küsste die Tante und rief, nicht wahr, ich bin lieb. In der von der Geschichte vom Kräutchen Eigensinn Gelesen von Elli Oktober 2012